Ich brauche eine Axt, Meister! Dann wird es explodieren. Boom, boom. Warum so alle? Boom, boom. Das Ei läuft aus. Shit, danach werden wir... Das hier ist von einem Feuerwehrmann-Hand gefertigter Axt hier. Tom BB3 hat im zweiten Monat abonniert, denn jetzt sucht uns schon lange dabei. Ich liebe euch. Danke für alle Subs, Freunde. Wir sind fast 2000 Subs. Freunde, Prime Sub ist kostenlos. Komm um, Baby. Was denkt ihr? Guck mal. Seitlich oder hochkrankt? Womit kriegen wir mehr auf einmal geknackt? Checkt ihr? So oder so? So. Also so? Entweder so draufhauen. Seitlich oder hoch. Oder so draufhauen. So ist hoch. Eins. Aber das ist nicht groß. Aber kriegen wir damit alle durch? Kann sein, kann aber auch nichts. Kann sein. Hoch. Seitlich. Was war jetzt zwei, Bruder? Warum sagst du zwei und eins? Ich sag doch seitlich und hoch. Was ist das? Hoch oder seitlich? Das ist eins. Hoch oder seitlich? Kriosa ist das, ich bin jetzt nicht gerade abonniert. Hey! Hört mal, Lottkau, oder was? Hey, hier riechst du nach Eier. Okay, schön. Dank für alle Soft-Essen, oder was? Okay. Freunde, ey! So rein? Oh, Vater, Mughulu, ja. Seitlich, seitlich. Lukas089010 hat im 8. Monat abonniert. Liebe dich, Jordan. Okay, Jordan, du bist ein Mann, ne? Nicht in der Richtung, oder? Doch, oder? In die Richtung. Bruder, Alter, du bist ein richtiger Affangulu, ja? Nein, nicht so. In die Richtung. Ey, für eine Richtung, Jürger. Ich hab noch kein Bildschirm, ich seh noch nix mehr. Oder was? Oder was? Gib mal kurz. Okay, warte mal. Wir machen eine Schuppe, ey. Ey, ich muss... Hey, hey, hey! Oder was? Oder was? Hey, hey! Chad, ich muss genau die Mitte treffen. Sechs Stück. Danach bin ich aber echt gespannt auf links, ja? Ich hab mich weggebauscht, die ist da hinten, aber... Danach bin ich gespannt, Freunde. Wir machen vier Yoga-Bälle gleichzeitig. Also heute würde ich sagen, don't judge me, ne? Ey, ich weiß nicht, wie ich denn in die Raum bleib. Mein Schuppe ist da hinten gefallen. Du bist doof, ne, John? Du bist doof, ne? Oh, mein Gott, ja. Warte mal, wir ändern ein bisschen die Perspektive. Ey, Bro, ich hab ein bisschen Shit. Ist das normal? Ja, ja, du bist normal. Das ist normal. Wie hau ich jetzt am besten... Ey! Meine Fresse, von da boomt was, von da boomt was. Okay, John, du bist ready, ne? Okay, warte mal, ich nimm mal Schüttel. Du bist schlau. Oh, Shit, Alter, ja? Shit happens, Jürger. Shit happens, ja? Vorher Schüttel, haben wir gemacht, Bro. Ich verstecke mich hier. Wo denn? Alle jetzt weg, okay. Hey, yes, baby. Oh, Shit. Ey, Bro, darf ich mich auch verstecken? Hä? Komm mal mit. Komm mal zu mir. Ich muss mich auch verstecken. Meine Fresse, da nimmst du den allein, ich nimm mir einen Anladen. Hey, 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 hey! Oder was? Jürger, die links laufen Eier. Ey, Bro, das ist so eine dumme Idee, ja? Meine Fresse, wie du stehst, ich mich nicht einfach dahinter. Das ist richtig. KXVN21 hat im vierzehnten Monat abonniert. Oh, yes, baby! Und MG nur für euch. Schwarzes Herz. Bester Mann. Okay, John, bist du ready? Sag 3, 2, 1, ne? Okay, 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 okay. Ich bin ready, glaube ich, ja? Eierkerle hier immer noch, ja? Ich bin ready. Warte, du bist ready, ne? Ja. Okay, warte mal. Warte. Chill doch mal, Junge, ja? Chill doch mal, Junge. Warum musst du, warum musst du, warum musst du? Warte, du, warte, ich doch den Sachs macht. Warte, Bruder, wir brauchen Schutzbremien, ja? Schutzbremien. Schutzbremien! Mein Schutzbremst, Bruder. Du sagst, wir sind professionell, Bruder. Was ist daran professionell? Bruder, seh doch mal so aus, Bruder. Ich hab doch... Das ist vorbildlich, wie ich arbeite, ja? Ja, Bruder. Das ist vorbildlich, wie ich arbeite. Ja, du weißt ja nicht, was passiert. So, noch ein paar Dornen darf ich nicht dreckig werden. Ich sag, unser ganzes Gesicht ist gleich von mir. Warte, ich sag euch, wenn noch ein Stromausfall passieren sollte... Passiert nicht. Nie wieder. Warum weiß ich nicht, wenn der Dinger, boah, wir haben doppelte Menge. Hier ist Strom, da Strom, da... Ich weiß, es passiert kein Stromausfall. Gib her, Junge, ja? 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2… Ah, noch mal. Ja, zerte! Oh, chill! Chill! Okay! Okay. Ich bin auch ein bisschen nervös, ja? Chill mal! Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wie ich reagieren darf. Warte, ich hab ein Schutzschild. Ey, ich brauch ehrlich des nales, ja? Okay. Bruder, ich muss auch schlagen, ne? Ja, komm. Ja, ey, dein Schutzschild ist echt super. Ich hab da hinten geschüttelt. Kehrt mir auf jeden Fall den Rücken. Okay, Freunde, seid ihr mit ihr oder nein? Fünf, vier, drei, zwei. Ich bin nervös. Ich weiß, ich mach nur sechs Dinge, was hier passiert. Freunde, 18.12. Pardon, pardon. Ich lieb euch. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ey, ey, ey. Ey, Bruder, warum passiert hier nicht was, ja? Weiter, 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 weiter. Wo sind sie? Ich bin geschüttet. Mach weiter, ich bin geschüttet. Chad, warte, warte. Drei, zwei. Ey, fuck. Komm, Junge, bist du tot? Fuck. Chad, jetzt geht die Party ab. Wo geht die Party ab? Hier geht die Party ab. Ey, ey, fuck. Was passiert hier, Bruder? Was passiert hier? Ey, lass uns doch das Schnee. Nein. Bruder, gib mal her, Junge. Bist du doof? Ey. 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 Wir nehmen uns positiv, Chad. Wir haben jetzt Schnee. Wir haben Schnee auf unserer Wand. Nein. Nein. Das ist hier durchgekriegt. Nein. Chad. Nein. Warte, was ist hier nicht? Und? Ey, wie ist das da reingeflutscht? Nein. Ey, der Bildschirm hilft noch. Das ist ein Ladekabel. Der hilft noch. Nein. Also ihr könnt ein Gewinnspiel teilnehmen. Dafür müsst ihr nur Nonpardon, John Armani, Sammy Jackson, auch Instagram folgen. Ganz wichtig. Ihr müsst hier drei Freunde markieren. Drei Freunde markieren. Und ihr müsst uns die Story teilen. Das Bild kommt gleich online. Das posten wir zusammen. Macht euch keine Sorgen. Und das... Und wir sind Hunde. Hunde. Oder was? Oder was? Du bist so ein ekeliger... Was denn, Junge, ja? Ich hoffe... Bruder, Bruder. Nein, 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 nein. Hör auf, Bruder. Bruder, kiss meine Hand oder ich mach... Nein, Bruder, lass es mir, Bruder. Okay. Kiss meine Hand. Lass es mir ruhen. Drei... Nein, doch hör mal auf, Bruder. Das macht man doch nicht, Junge. Okay, mach auch nur... Bruder, hör doch auf, weil ich... Von einem Zentimeter... Ich hab noch Pardon an. Okay, von einem Zentimeter Luftlinie. Nein, Bruder, ich hab noch Pardon an. Das tut mich gar nicht. Bruder, du weißt mehr... Okay, Bruder, bei einem Pardon kann ich nichts machen. Ja, Bruder, das ist ein Schuttschild, Bruder. Mexicano! 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 Komm mal auf, Bruder, ich hab doch noch Pardon an, Junge! Bruder, warum muss ich wieder den... Ey! Ich bin voll mit Sahne, Chad! Bruder, jetzt... Bruder, jetzt zieh sogar meinen Mantel aus. Warum? Jetzt hol ich alle Luftkompressor. Alle Luftkompressor? Jetzt hol ich alle Luftkompressor. Jetzt geht die Party ab, Chad! Mein Name und Herr, der lässt sich... Luftkompressor und wir haben vier... Hä? Meinst du, über den Strom hält diese ganzen Geräte aus? Ja, ja, nee, nee, oder was? Wollen wir mal einmal ja oder nein? Ja, natürlich! Chad, jetzt geht die Party ab! W in den Chat, Freunde von TikTok! Ey, die können wir nicht mehr abgeben, wir haben die gekauft, um die wieder zurückzugehen, Junge! Ja, die können wir doch abgeben, die da sind voll mit Sahne, Bruder! Wir müssen alles sauber machen, wenn der zugetackert! Egal! Wir müssen die sorgfältig aufmachen, Freunde, wir haben vier Luftkompressor geholt, für 600 Euro! Okay, das musst du jetzt aber wegmachen, weil ich hab mich schon geoffert tot. Bruder, jetzt musst du verleiten! Eins, zwei und drei! Tja, und? Wolltest du zu Hause auch so aus? Ja, ich schwöre, ja! Ja, der schwört... Ich schwört... Oh, okay! Steig! Spritzt hier alles... Ey, der spritzt auf meine Hose! Wie kann das denn, was? Und ich muss das wieder später einfragen, ja? Ein, vor allem! Thank you! Fuck! Ey, Chad, wir haben jetzt vier Luftkompressor, ey! Guck mal, wie die Bude aussieht, ja! Warum kommen wir auf so eine doofe Idee? Ab morgen sitz ich hier und spiel Minecraft, ja! Ich bin auch normaler Mensch! Ich habe auf Atmosphäre, ja! Ich bin auch normaler Mensch! Wollt, die Böse aus, dann anrufen wir mal! Vielen Dank.